ja hallo erst mal und wieder herzlich willkommen auf meinem kanal ich bin der terro und wir sind immer noch dabei jetzt hier das ding hier leer zu räumen und das buch das wisst anzueignen und bis jetzt ging das ja ganz gut da unten ist das ding ist nur die frage wenn wir die jetzt unterschießen wir haben bestimmt hätte kommen das interessiert die gar nicht auch nicht schlecht naja warum nicht das ist von außen kommen wir einfach so runter oder wieder alter du sagst runter das hasse ich ja wie die pestle hat man da hier nicht oder ist so gewollt kann auch sein dann mal von hier aus so alles gut alles gut mein freund ok kommt er jetzt hoch ja komm mal her komm mal her dann holen wir dich ein bett im kornfeld komme her komm kuscheln in den stroh kuscheln bitte genau genau hier ist es mir best zock weg ist er sollten mal nach oben da bin ich mir ein paar leute von oben abschießen da hinten ist wieder eine oh die verteilen sie ja mit der zeit auch wieder ne ups da oben steht einer ja 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 alles gut alles gut so mach mal auf noch tiefer noch tiefer und hier kommt wieder in die runde gesprungen da muss irgendwie von unten rein gehen noch tiefer ach man hier kommt wieder in die runde gesprungen sieht die fahrt so aus aber aber eh nee nee er sagt er will hier nicht runter hallo äh das ist der Hof so eh erst mal nicht man findet hier keine ruhe nee man findet keine ruhe denn komm mal her hier hä versteckst du dich im burschen ja komm mal her komm mal her komm mal her komm mal her dichter dichter gut komm rein komm mal her na toll eine gelbe blume haben wir gekriegt der will nicht ne 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 ist doch im zelt oder kom школ echt nicht krimiden państwa sehr der end Steht da hinten. So, hier war noch nix. Bad Golden ist auch da drinnen, ne? Ja. So, dann hätten wir das auch. Oh, Rüstenschwune. Ach, hier sind noch Gefangene. Okay. Da oben. Der ist da unten? Ich könnte die ja mal frei lassen, ne? Sie kämpfen auch gleich mit, oder? Nööööö. Nicht so, nicht so! Moment... Aha! Mein Dank ist dir gewiss. Gut. Aha. Mein Dank ist dir gewiss. Ihr getötet... Ob... Nein, 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 komm. Puh. Das war aber gerade so. Das heißt, wir müssen nur sehen, der kann da irgendwie reinkommen, ne? Zu unserem Schatz. Zu unserem Wissen. So. So. Bam, 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 bam. Da oben sieht noch zwei, okay. Kommt ihr runter, sonst muss ich hoch zu euch. Und das wird ja bestimmt nicht schön werden. Da ist noch einer, okay. Einer von den Jungs hat Reichtum. Na gut, komm. Dann gehen wir mal hoch. Wie kommen wir da nicht runter? Wir müssen irgendwie von unten ran. Komisch, 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 komisch. Äh. Ging hier irgendwie ein Gehandel. Eingang rein? Ne, ne? Kann ich mir jetzt... Upp. Nicht vorstellen. Oh, was machst du hier? Einfach nur gucken, oder was? Okay. Äh. So, wir sind ja wieder aus dem Sperrgebiet gewesen. Es geht wieder rein. Und da sind drinne. Oh Gott. Du, tu, 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 tu. Oh, das ist der Lanzen-Träger. Genau. Na? Huh. Gut, Herrgott. Was soll die Aufregung? Ja, was soll die Aufregung? Komm mal her, du hast einen Kameraden gar nicht gesehen. Dann kommst du mal gleich hier rein. Heu! Danke! Und wie kommt trotzdem nicht hier runter? Och maaaannn! Na und wenn dann wär's dann noch tiefer, ne? Hm. Okay. Ja gut, dann machen wir die anderen mal auch noch tot, ne. Tot an Tö testen... Wieuu! Jungs, Willkommen! Freut ihr euch schon? Äh... Da hast du nix mehr zu sagen, wa? So. Ah, du auch noch? Na ja, stimmt, da war noch einer. Komm her! Ey! Tu auch! Wumm! So. Reichtum? Wo ist denn der? Reichtum. Ich dachte, das wäre einer von denen gewesen, aber ne. So. So. Da unten, ok. Äh, ja. Nicht hier lang. Nicht hier lang. Nicht hier lang. Ach, da, ok. War zum Lesen, ne. Glaub ich. Kupferentwickelbaden. Die sind wertvoll. So. Äh, was ist das? Ach, der Opal war das. Hm. Stimmt ja, hier war noch ein Opal. So. Hier ist noch irgendwas Gönnis gewesen. Da, da, da. Du, 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 du. Ja, gut. Hm. Jetzt fehlt noch das Buch des Wissens. Wie kommen wir da hin? Wie kommen sie nicht durch? Gut. Wollte bloß bisschen abkürzen. Ach, wie kommen wir zum Buch des Wissens? Das geht ja immer weiter runter. Ne. Und runterklettern ging nicht. Oder geht das jetzt? Eigentlich, ne. So. Und dann kamen wir aber hier nicht tiefer. Können es zwar noch mal versuchen. Aber, ne. Guck, wir laufen. Bloß rüber. Da ist noch was. Oh. Was zu schieben? Da muss irgendwas zum Schieben sein. Moment. Oh Gott, jetzt hätten wir uns bestimmt. Da runter. Wir müssen wieder tiefer. Bloß wo? Ist auch fies, ne. Äh, fies gemacht. Hier kommen die bloß wieder raus. Die kommen noch tiefer. Hm. So. Hier laufen, glaube ich, jetzt im Kreis. Das. Das. Äh. Da unten. Von hier irgendwo. Ah. Vielleicht fahren wir mal. Vielleicht vom Hafen aus. Kann das sein. Da unten im Hafen. Ja. 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 He. Ha. Ha ha ha. Hä. Okay. Oder von hier irgendwo. So sind wir hochgelaufen. Da gehts wieder nach ganz oben, da gehts wieder nach ganz unten, aber hier an der Schrägen ist keine, kein Eingang, ne? Nö. Ist nix zu sehen. Das ist fies. Oh man. Aber hier sind wir nicht mit dem Raben hinter die Geheimgänge. Genau. Spähe in die Ferne Sühne. Da unten müssen wir hin. Äh. Jo, jo, jo. Hup. Ach, das fliegt jetzt auch immer so ne Sache. So. Vielleicht auf der Seite. Glaub, da haben wir auch noch nicht geguckt, ne? Hm. Das habt, oh, das habt ihr aber auch gut versteckt, meine Freunde. Ah. 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 Sieht nicht so aus. Hm. Fumm. Jo, jo, jo. Okay. Hier hatten wir nix gesät, so. Ich darf ja nicht erwischt werden. Ach, wart. Alles gut. Ist doch keiner mehr da. So. Aber hier hatten wir, glaub ich, schon geschaut, ne? Wir sind 39 Meter davon entfernt. Und komm nicht ran. Ah. Aber nur ein Bild. Aber hier ist. Oh, ich will da hin. Ich will da unten hin. Da ist noch was blaues. Bing, 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 bing. Ja, ja. Ich will da auch runter. Ja, hier. Ja, schön. Jetzt sind wir wieder hier. Komm nicht. Selbst hier kommen wir nicht runter. Ich denke, das ist ja durch die Tür. Denn, ja. Hier ist auch nix. Bis bald mehr robbery. Bis falls wenn man weiter aufschießen könnte. Die Tür zum Schieben war, glaub ich, in der Richtung. Hö, Hö, Höh. Äh. Äh. Dats nordlich gut war nicht. Das fand ihn If � schwer gemacht. Wo war das denn Schieb? Da unten, da unten ist da noch was, ach weil da blau leuchtet ist, Dings ne, Lebensmittel oder so was, boing, wie kommen wir da ran, warum sind die, konnten wir die Dinge aufmachen, was nur so oder, wie kommen wir nirgendwo was kaputt schießen. Warte mal, da ist doch, oh ja, schön. Hm, hm. Äh, ich bin gerade so ein bisschen, hm. Not amused. So, äh. Jetzt sehen wir da irgendwo, wer da irgendwo rein, runter gehen hier. Gibt's den Brunnen? Zünen, schau mal. Zünen, leite mich. Leite mich. Äh. So, wir stehen da. Aber hier ist nix weiter, wo man runter könnte, ne. Gibt auch kein Brunnen. Soweit ich sehe, da auch ne. Dann ist hier oben. Ah, toll. Kommen wir irgendwie auch noch zu schießen. Gibt's da was besonderes? Ne. Außer Pfeile. Alter. Sorry, Leute. Nö. Aber. Oh. Hm. Ich fühle mich gut. Warum haben wir so wenig Adrenalin gerade? Haben wir irgendwas gemacht? Woher? So, hier hatten wir schon geguckt. Muss auch nochmal. Ah, probieren. Okay. Hm. 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 Ich hab ja immer das Gefühl, man muss in, 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 in diesem Gefahrengebiet drin bleiben. Hm. Damit man auch da rankommt. Aber. Kann mich natürlich auch täuschen, ne. So, komm. Geh mal runter. Kann ja auch sein, dass wir doch von hier unten irgendwie durchtauchen müssen. Aber. Hier hat man schon mal geguckt, ne. Da war doch nix. Ja gut. Wir tauchen mal hier, äh, die Schwimmvangel rum. Kann natürlich auch seine Unterwasser müssen. Aber, ähm, ich glaube nicht, dass wir hier unten irgendwie rein müssen. Wobei, äh, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Kann mich natürlich auch ziemlich täuschen. Hm. Und der Dumme ist ja, wenn man jetzt unten taucht, dann sieht man, was oben ist, ne. Ha, ha, ha. Ja, ja. So. So. Sind wir am Hafen hier. Am am Kreis getaucht worden. Sind wir am Hafen hier. Am am Kreis getaucht worden. Ich glaube, der Terror stellt sich einfach nur mächtig bescheuert einmal, um da reinzukommen. Hm. Du hast doch keinen Hinweis, wie man da hinkommen sollte. So, jetzt geht's wieder hoch. Oh. Oh. Ich muss mich in Acht nehmen. Ja. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Stress. Moral, Öl, Öl, Öl. Der Bayern. Ordentlich wird ja viel喜歡 sein, oder? Haben wir hier? Wir haben hier Teil des,'mal. Das willologist. Wir nehmen die Türzüge meinem Wald. Ach. Ja, apartment. Jetzt rabb ärgd Marina. Wir sind wieder da bei der Tür. Wo wir nicht runterkommen. Aber ich glaube, ich werde das mal hier ohne Aufnahme machen. Sonst wird das hier wieder zu lange. Wenn ich was gefunden habe, dann sage ich auch Bescheid. Dann gebe ich euch Bescheid. Also, wenn es euch gefallen hat bis hierher. Lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und hoffen mal, dass wir hier an das Buch des Wissens rankommen. Bis dann, euer Terra Schaui.